Hallo und herzlich willkommen zu den P2P-Kredite-News. Heute sprechen wir über die vielleicht bald kommende Bondora-Bank, die Entwicklung von Crowdpeer und in Rento, die neuen Auto-Invest-Strategien auf Viya-Invest und eine Änderung eben dieser auf Esketit. Und bevor es losgeht, noch eine kleine Anmerkung in eigener Sache. Da ich die nächsten Tage in Riga bei Viya-Invest bin, könnte es sein, dass die News in der nächsten Woche kurz pausieren werden. Und damit starten wir direkt durch mit Bondora. Ja, einmal im Jahr meldet sich Bondora-CEO Pertl Tomberg an die Anleger und berichtet von den Plänen seines Unternehmens und beantwortet auch Fragen der Community. Dieses Mal gab es einige bemerkenswerte Informationen, die vorher noch nicht öffentlich gemacht wurden. Zum einen wurde bestätigt, dass Bondora an einer Bankenlizenz arbeitet und auch an der Kreditkarte, dessen Art und Weise aber erst noch definiert werden muss. Die Banklizenz wird es Bondora erlauben, weitere Produkte an den Markt zu bringen, so Pertl Tomberg. Auch ging es um die Zinssätze und die Konkurrenz mit aktuellen Tagesgeldkonten. Pertl sagte dazu, dass man aktuell mit 6,75% mehr als konkurrenzfähig sei, dieser Zinssatz aber bei Bedarf sowohl nach oben als auch nach unten angepasst werden kann. Derzeit werden im Schnitt über 20% Zinsen an Bondoras Kunden weitergegeben, eine zeitweise Erhöhung sollte also durchaus machbar sein, sofern erforderlich. Derzeit scheint das aktuelle Produkt aber noch gut genug zu sein, was auch derzeitige Zahlen belegen und der Ausbau in den Niederlanden zeigt. Denn hier gibt man aktuell richtig Gas und zuletzt nahm die Kreditvergabe um über 100% zu. Und man lag bei mehr als 1,8 Millionen Euro. Man scheint also endlich seinen Weg im deutschen Nachbarland gefunden zu haben und es wird nur noch eine Frage der Zeit sein, bis wir das nächste Land auf Bondora sehen werden. Aber nicht nur bei Bondora geht es vorwärts, auch beim Peerberry-Ableger Crowdpeer sehen wir starke Entwicklung. Im zweiten Quartal konnte die Plattform fast 1 Million Euro finanzieren, womit man nun bei einem finanzierten Gesamtbetrag von ca. 1,3 Millionen Euro bei 25 finanzierten Projekten steht. Ähnlich wie Bondora Niederlande sehen wir auch hier ein Marktwachstum von über 100%. Die rund 2.800 Investoren, von denen ich seit der ersten Stunde der Plattform auch einer bin, erreichen im Schnitt 11,2% Rendite. Ich habe bereits zum Start der Plattform vermutet, dass Crowdpeer eine interessante Alternative zu Plattformen wie Estek Guru sein könnte, aber auch eine Erweiterung für alle, die bei Peerberry vom Cash-Track geplagt sind. Denn hinter dieser Plattform sitzt exakt das gleiche Team. Wenn du die Plattform ausprobieren willst, dann bietet sich aktuell die Chance dafür, denn neben den garantierten 0,5% Cashback innerhalb der ersten 90 Tage, gibt es nun auch noch die Chance auf 100 extra Euros. Dafür musst du lediglich vom 7. bis 16. Juli auf Crowdpeer investieren, wenn du ein bestehender Investor bist oder dich in dieser Zeit anmelden. Danach, am 18. Juli, wird Crowdpeer jeweils 25 Gewinne auslosen, also wird es insgesamt 50 Gewinne geben. Wenn du mitmachst, dann wünsche ich dir viel Erfolg. Die News Nummer 3. In Rento, eine meiner aktuellen Top-Plattformen in Sachen Track-Record im Immobilienbereich, erhöht ihr Share-Capital, also die Kapitalanlage, an die nicht herangegangen werden darf, auf fast 700.000 Euro. Ebenso wie Crowdpeer unterliegt man den strengen Standards der Zentralbank Litauens. Die Erhöhung geschah jedoch meinem Wissen nach auf freiwilliger Basis. Mehr als drei Jahre nach Firmengründung hat man noch immer nicht ein einziges verspätetes Projekt und es gab auch noch nie Kapitalausfälle zu vermelden. Auch in Rento ist aus meiner Sicht ein Beispiel für die hohe Qualität litauischer P2P-Plattformen und mein eigenes Portfolio nähert sich langsam den 5.000 Euro. Vielen Anlegern ist jedoch nach wie vor die hohe Einstiegshürde von rund 500 Euro ein Dorn im Auge. Gerade Kleinanleger benötigen so mindestens 50.000 Euro für ein diversifiziertes Portfolio. Dennoch ist auch diese Plattform eine hervorragende Alternative zu anderen Immobilienplattformen. Und in unserer vierten News heißt es anschnallen, denn die lettische Plattform Viya-Invest hat eine technische Änderung vorgenommen. Und alteingesessene Viya-Investoren, die wissen ja, was das heißt. Aber Spaß beiseite, die neuen Anpassungen sehen bisher gut aus. Und zwar ist Folgendes passiert. Zum einen hat Viya-Invest den aktuellen Auto-Invest überarbeitet. Es gibt nun beispielsweise eine Übersichtsseite, wo ihr den aktuellen Zinssatz seht, zu dem ihr investiert seid, als auch die durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere sowie deren Anzahl. Tatsächlich eine recht hilfreiche Änderung. Zum anderen bietet nun auch Viya-Invest ein One-Click-Investment an. Dafür gibt es zwei vorgefährdete Strategien, die Active Strategy und die Diversified Strategy. Die Active Strategy zielt auf die höchsten Renditen ab, während die Diversified Strategy euer Portfolio auf so viele Wertpapiere wie möglich verteilt. Da bei Viya-Invest ohnehin alle Kredite aus dem gleichen Haus kommen, kann man die neuen Strategien aus meiner Sicht bedenkenlos verwenden. Und in unserer letzten News, da geht es um Esketit. Denn hier müssen alle Investoren ein bisschen aufpassen. Wie ich schon berichtete, haben diese zuletzt mit Axioma24 ihren ersten externen Kreditgeber hinzubekommen. Das war bisher ohne Konsequenz für die automatischen Strategien der Plattform. Und man brauchte keine Angst vor den langlaufenden 7%-Krediten aus Lettland haben. Das ändert sich jedoch in dieser Woche. Denn ab dem 11.07. sind die neuen Kredite Teil der Diversified Strategie der Plattform. Nutzt ihr also diese Strategie und möchtet diese Kredite nicht in eurem Portfolio haben, bleibt euch nur die Abschaltung dieser oder die Konfiguration eines eigenen Auto-Invest. Alternativ bietet Esketit mit Jordanien und Cream Finance noch zwei weitere Strategien an, die ihr nutzen könnt. Ich selbst arbeite erstmal mit diesen weiter und schaue mir einige Tage an, wie sich der Marktplatz entwickelt. Es kann durchaus sein, dass ich diese Kredite später dann doch noch mit hinzunehme. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.